Was ist erreichbar? Co-erreichbar heißt, wenn es einen Weg gibt von dem Zustand Q, der als Co-erreichbar bezeichnet wird, zu irgendeinem finalen Zustand. Das steht hier drin. Es existiert ein Weg von Q zu einem P aus F. Und Trim heißt erreichbar und Co-erreichbar. Zustände, die Sie nie erreichen können vom Startzustand, die tragen irgendwie zu der Sprache des Automaten nichts bei.